Und damit zum Wetter. Unsere Prognose für den November. Eiskalte Spannung in allen Filmregionen. Tödliches Spähchaos erwarten wir für Julia Ormond. Während eine Lawine von Mr. Hughes Morgan auf Jean Reno niedergeht. Bedrohliche Arkanwarnung gilt für George Clooney. Gleichzeitig geht Will Smith stürmischen Zeiten entgegen, die auch bei Godzilla für kalte Füße fangen. Gerechte Aussichten, auch für Leonardo DiCaprio. Er muss mit großer Niederschlagswahrscheinlichkeit rechnen. Aber keine Sorge, wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Wir heizen Ihnen ein mit den besten guten Filmen im November. PULS 4